Snow Leopard Kommando Unit, Chinas paramilitärische Polizei-Spezialeinheit. Aufgaben sind unter anderem Anti-Terror, Aufstandsbekämpfung, Bombenentschärfung, die Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen und Anti-Hijacking. 2013 und 2014 nahmen sie an der Annual Warrior Competition in Jordanien teil und gewannen. 2002 wurden sie als Snow Wolf gegründet, inspiriert einer Geschichte eines tapferen Wolfes, der aus dem Hinterhalt eines Jägers und seiner Hunde entkam. Bis 2006 trainierten die Schneeleoparden geheim und wurden dann der Öffentlichkeit vorgestellt. 2008 wurden sie bei den Olympischen Spielen in Beijing zur Sicherheit verwendet. Ihr Motto ist, vage es zu gewinnen, angelehnt an das britische SAS. Schneeleoparden sind ein Zeichen von Weisheit und Mut und Meister des Kampfes im Schnee.